Wenn ich den Berg anschaue, sehe ich einen riesigen Spielplatz. Hier brauche ich einen Ski, den ich im tiefsten anheuze. Und auf der Piste brutale Schwingen zu. Mit meinem Büchse-Ski kannst du wirklich mit dem Berg spielen. So ist ja tätig. Das Amongst gibt es noch einen kleinen Spurs. Die Spurs sind immer noch aus. Ich bin auf der Muttersitzung, da wir gehen in der Lage aus. Ja, ich bin an der ganzen Scheiss. Ich bin auf der Erde. Bis zum nächsten Mal. Egal in welchem Verhältnis und Gelände, mit meinem Ski fahre ich überall perfekt.